Ich muss mein Herz nur rechnen. So, bin ich laug genug? Ja, egal. Äh, jo, ähm, herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play Together Minecraft. Wir sind heute zu viert, weil Chrissy jetzt auch mitmarscht. Jo. Ja, wir haben es gefixt und ja, Chrissy, kann man einfach mal zu mir hoch? Ähm, okay, ich versuch. Mua. Türen. So, also, wir haben, wie gesagt, noch Anton. Aha, hallo. Hallo, und Tobi ist natürlich auch am Start. Hallöle. Wie immer, und ja, und Christopher kommt jetzt einfach mit in meine Bude. Jo. Und, ja, was gibt's noch so erzählen? Nichts eigentlich. Wo ist dein Bude? Hallo, okay. Wow, Holzhaus. Uh, Schnee. Nice. Als wollte ich Sneak und Nice-Sup. Schnee. Seit dann und bis seit mir ein Holzhaus. Seit circa fünf Sekunden. Nee. Oh, gut. Ich kann die Kiste nicht benutzen. Uh, sexy. Also jetzt. Ja, bei einem Pakt, doch ein bisschen. Wow, Skelett, pass auf. Wo? Ich kann auch, da. Ich seh's. Oh. Weck dich. Ich hab's heute. Hallo, Delta, du kannst durch ganz mal reinkommen, wenn schon. Komm, 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 komm. Ähm. Ich bin geil, du. Sehr viel, ich war. Ich brauche dringend Essen, ich kann nicht mal laufen. Moment. Ist im Ofen. Gut, dann mach dich mal wieder auf dich, Suche nach Höhlen. Okay, tschüss, Anton. Falls du kein Kopp aus dich hast, genug davon. Höhlen. Wow. Auf. Auf. Oh, Chrissy, mit dir backt's voll am Servalda. Echt jetzt? Ja. Bei mir backt alles, echt. Alles? Ach, bei mir eigentlich ist es schwer, immer. Du backst, du lagst. Wow, du hast bis gerade geschwebt. Oh, geil, ich schweb. Ich bin gesprungen. Ja, okay. Oh, Haus mit Steinboden, oh. Kein. Ja. Äh, schwimmen. Also, wenn ich was sagen darf, die Hütte ist hässlich. Ich weiß. Was ist das hässlich? Hä? Komm, 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 komm. Ich sehe auch nicht meine Endhütte. Ja, will ich auch. War draußen, wiebsten, 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 wiebsten. Ja, genau. Ähm, Sachs, der wir holen Material, oder? Ja, was? Werkzeug, Werkzeug, Werkzeug brauch' auch bei jeder, oder? Ja, du brauchst Werkzeug, ich selber schon. Der Stein, Sachs, hat den Stein. Ja, ich hab' genug. Ja, okay. Ich versuch', dass ich euch noch mal finde. Oh, das sind da viele Schweineer, oder? Oh, das sind da viele Schweineer, oder? So, Schwein. Warum wohl? Und, wenn du, wiebsten Sebastian weiß es, genau, ist. Ante, äh, Chrissi, da ist eine Trittlatte, du musstest immer die Tritts machen. Wo? Ah, das sieht man gar nicht. Ja, genau, meine Trittlatte können tippen wir auch noch mal. Brauchst du essen? Ähm, ja, aber es ist roh. Braten ist Fleisch. Du kannst das braten, wenn du willst. Moment mal. Ähm, ähm, Stein. Hinter dir wäre Fleisch, hinter dir wäre Fleisch, hinter dir wäre Fleisch, hinter dir wäre Fleisch, hinter dir wäre, da, 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 bei mir. Das ist Anton seine Hütte. Stein liegt beim Essen. Gold, okay. Hey, nicht mal Gold nehmen. Nee, nee, nee. Moment, ich will lagern mal kurz, ne? Ich brauche... Oh. Ich brauche, ähm, Stickies. Ah. So. Oh, danke. So. Ektor. Äh, wo bin ich denn hier gelandet? Äh, scheiße. Oh, was ist jetzt los? Bei mir grad... AAH! Was ist denn los? Junge! Der nimmt Rest los. Wow, passt schon. Okay, nichts. Bei mir... War grad irgendwie... Strange. Au. Was ist das? Was ist das? Zombie war Slime by Delta. Juhu, Anton, herzlichen Glückwunsch. Das hab ich nicht schwert. Da unten ist ne Katze, cool. Ich hasse die Tür. Alter! Ja. Ja. Ich... Ich... Ich lasse hier und Türen, eine ewige Feindschaft. Oh, cool. Ja, aber... Sebastian, wo bist du? Äh, bei der Hütter. Hab ich noch auf Dürstung gestellt? Oh, so, okay. Einstunden hat. Ähm, Holz, wir würden Holz brauchen. Ich hab... Ach, scheiße, zwei Spinnen. Das ist so gefährlich da oben, Alda. Wo oben, was oben? Eher da raufklettern und so. Ja, wir müssen uns mal aufgaben machen, aber... Wir können uns mal aufgaben, aber... So durch den Berg, so irgendwie zu mit Leitern. Und mit Wasser. Ist ein bisschen modernisiert. Okay. Alda, ist Bakt. Eisen. Bei mir packt es nicht mehr. Ich weiß, warum es von mir gebackt hat. Es dauert bei mir mal ein bisschen, bis ich ne Blockabbaue. Ich hau drauf und dann verschwindet erst zwei Sekunden oder so später. Oder eine. Nächter. Na. So. Okay, ich nimm gleich Holz mit für unser... Boogie. Alda. Die braucht unbedingt die neue Mauser. Das geht nicht, Entschuldigung. N.P. Christoph. Oh, da steht es zum Beispiel. Äh... Ich hätte mehr Facken mitnehmen sollen. Ante, tu mir mal raus und dann hast du wieder Facken. Nein. Nein. Nebel. Nein, ich bin Ante und ich brauche keine Facken. Obwohl ich gerade gesagt habe, dass ich Facken mache. Äh. Ähm, das ist auch mega hässlich. Junge, es geht nicht ums hässlich sein. Es geht ums zweckmäßige. Auch wenn ich Minecraft bauen und versuche, es schön zu bauen. Auch wenn ich das nicht immer schaffe. Ähm, das wird nicht immer schaffen, meinst du nie, oder? Oh, du bist so. Jetzt stirbt das Fleisch rausnehmen, nach. Dichten, wie was? Du kannst dir, ähm, Ding rausnehmen, Fleisch. Okay, wo kann ich jetzt? Ja, das ist schon fünf Fleisch. Ah, okay. Das sind nach... Tobias war so nett, hat mir drei Fleisch gegeben. Oh, Tobias. Ich würde mal sagen, wir bauen ein anständiges Haus. Ey, das war nur, damit ich ein Haus drin bauen kann, okay? Äh, ein Bett, ein Haus. Ich kann Haus im Haus bauen, yeah. Ja, ein Haus im Haus, oder? Wir bauen ein Haus, na. Wir bauen das einfach weiter. Ja, okay, aber wir müssen ja da ein Dach fahren. Ah, warum baue ich sie richtig nach unten? Das passt ja, wir wollen es doch nicht so länglich haben, oder? So langgezogen. Nee, ja, Christopher, wir machen nicht alles auf einmal, okay? Ah, das ist jetzt treibreit. Lauer. Ich will ja nicht sagen. Ah, das tut mir so, hä? Eisen, endlich. Wow, du Glitchkörper, mir voll in der Wand. Ach, das kann schon mal passieren. Also, Tobi wird jetzt in einer Höhle leben, als in seinem, in dem Berg, oder? Äh, ja. Das ist jetzt schon so, wunderschön, öh. Wow, dass ich es, dass ich es selbst nicht mehr ganz gern kann. Äh, Yolo, was mache ich jetzt? Oh. Okay, da ist Lava. Wenn ich springe, falle ich in die Lava rein. Yolo! Da springen wir nicht. Wie, letztens ist es hoch genug? Er stellt sich in der Tode und lande ich im Wasser. Oh, tot. Der hat aber, er fell from a higher place. Ah, ja, daran muss ich nicht mehr. Hat es geweckt, ja? Ja, das war in Folge 1, oder? Ähm, Sebastian, wir müssen die Plattform da weitern, irgendwie. Ey, Junge, jetzt stress mich nicht so. Du bist jetzt nicht mal eine ganze Folge dabei. Ich habe mir schon gedacht, dass ich mit dir stressig werde. Aber so, das hätte ich mir nicht gedacht. Erstmal, das kann man sich aber ein Haufen Bugs. Ich krieg's euch hin, ich hab den Server-IP falsch geschrieben. Oh, yeah, bin ich geil. Ja, das war das erste Problem. Dann geht's auch noch weiter. Dein Haus ist hässlich! Das ist hässlich! Das ist hässlich! Yeah! Es ist hässlich. Ja, dann, das weiß ich auch. Ich glaube, ich sehe schon, wie das Ganze endet. Ihr kennt gerade den Concraft, oder? Nein, ja, in der Klack. Natürlich kennen wir die Fotze. Oh, gut. Von denen kann dir die Together-Show, oder? Nein. Ich schau Concrafted nicht. Auf jeden Fall, da oder? Ich sehe nur, dass du, dass... Ähm... Die Dye Potato hat gefilmt, ein Video! Concrafted, Mototorrel! Ey, der war voll gut. Hat gerade jemand was auf Skype geschrieben? Ja, der Eric. Der Eric. Schönen Gruß an Eric, wenn er gerade zuschaut. Hallo, Eric. Der Eric, welchen ich meine, weiß. Promos? Warum Homos? Warum schreibt er sonst Homos? Ich weiß. Äh, kein Homos. Das kenne ich. Ihr Homos ist biologisch, irgendwie. Ja, Christopher, Biologie. Alda, das gibt's doch nicht. Alda. Nein. Was machst du bitte? Was machst du da? Fenster. Fenster, gut. Fenster. Kann man das so lassen? So, okay. Oh Gott. Wir könnten hinten so'n kleinen Lagerraum machen. Wir könnten hinten so'n kleinen Lagerraum machen, yeah. Fenster. Ja, wie ich da? Hast du noch, hast du noch, ähm, schönes Holz, also das Holz? Schönes Holz, gut. Samen. Ja, genau, danke. That's all. So. Mehr brauch ich noch nicht. Das ist erst mal breit genug, das Haus, okay? Ich geh erst mal Holz fern. Oh, es ist ein Baum vor der Haustür gewachsen. Welch Wunder. Oh, geil. Oh, welch Wunder wirkt der Natur. Ein Clubmitglied. What the fuck? What the fuck vor allem. Was machst du da? What the duck. Wir machen Holzboden. Wir machen Holzboden hier. Nee, you don't say. Hab ich aber gesagt, wo du ums Gas. Okay, ich hol mal Holz. Das hat aber Anton erfunden, ja. Ähm, also was, da können wir das Teil abbauen? Ding App. Ding App. Genau so heißt die App, Ding App. Können wir das abbauen, nee, oder? Was dann? Ja, das Ding da. Das ganze Ding da. Das ist sowieso das andere Holz. Das ist mir egal. Ja, das ist ein Eisener. Ja, das ist ein Eisener. Dann schließen wir uns zusammen. Gegen wen? Überhaupt. Einfach nur so, weil wir es können. Okay, Yola. Weil wir kleine Nerds sind, gell? Äh, äh. Ach jetzt irgendwann mal in Österreich ist Beste, wo wir nur Mundart reden, voll geil. Mundart oder noch? Step in. Anton wird gefickt. Genau. Let's rape Anton Mundart. Das wär doch geil, oder? Let's rape Anton in Mundart. Dun dun dun. Penetration. Genau so spricht man das aus. Du. 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 Ich freue mich. Naja. Jetzt fahren wir mal sterben. Nee du, lass mal. Ich klack das. Gut. Ähv... Eisen. Äh, Eisen, sage ich schon Cola. Weшь rein? Wo war? um die behörden das ist schon und umgebracht warum bekomme ich keine septembern hätte wir können dann irgendwann tauschen weil ich bräuchte dann schon langsam auch eisen wenn du welches hast kann ich dir irgendwas geben was brauchst du eisen und du hast bestimmt bald welches ich kann dir Nahrung geben die Nahrung habe ich mit Überfluss die Nahrung habe ich ja ich auch ich habe sogar schon Pilzsummer das ist super scheiße ich habe 27 Röhrsteaks also jawohl ja und bald sind sie gebraten jawohl scheiße ah ah der braune Kochkurs schlag das Kochbuch mein Mampf auf der Seite 69 auf heute kochen wir judeln jawohl meine Röhre ok heute kochen wir judeln jawohl meine Röhre so geil das könnten wir auch machen seppel ist auf der Witze ab vor äh so äh nein nein das ist das Witzbuch von 1988 mit den geilen Witzen mit den geilen Witzen Moment ah sagen wir das mal auf oder ja 1988 Witze und Cartoons hast du gehört in Diapel soll es mehrere Millionen Ratten geben die hätten sie lieber tot schlagen sollen statt zu zählen ach böse ach böse so böse der war echt gut bei Schulzes hat es mächtigen Ehekrach gegeben als sich die Wogen wieder geklettert haben fragt die kleine Tochter Mutti nennt man das eine wilde Ehe hm geiler Witze früher war das wohl Humor Alter Sebastian ja du gehst vor in die Höhle in welcher Höhle da gehst du nicht die die was ich grad gefunden habe ne 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 ich hab ne Höhle gefunden hier ah wow ja muss man dann unbedingt merken wo der Scheiße ist das es ist eher ne Schlucht Alter warum bekomme ich hier keine perfekten Saplings raus das finde ich nicht klar also der Berg ist ein bisschen entstellte würde ich mal sagen was ah das habt ihr jetzt schon wieder gemacht nicht der schöne Berg wer hat das gemacht also nicht ihr habt gesagt der Berg ist ein bisschen entstellte aah pfff so ach dann aah ach so haha gut da war ein Creep ok oh dann verstehen wir alles ein Creep um die Tageszeit Anton in der Höhle in der Höhle in der Höhle wenn jetzt hüpfer dir in ein Monster kommt dann alter Schwein Halsmaul alter Schwein Halsmaul hä alter Schwein HAH HALZMAUL ok Junge Spaß erst schmire ganz spannende Halsmaul hoch Tobi redet mit Schwein 2.0 pfff das ist vielleicht ganz interessant Nur was, wenn Tobi mit Schwein redet? 15 Das ist geil! In der Apotheke! Wie teuer sind die Zäpfchen? Die gibt's heute zum Einführungspreis! Badum! Wow! Alter! Die sind wieder so schlecht, dass sie witzig sind Herr Ober, diese Tasse hat einen Sprung! So? Na, da können Sie mal sehen, wie stark unser Kaffee ist! Hahaha! Alter! Alter, wie schlecht! Humor von 1988! Ja, ich will nicht! Warum sollte ich? Oh, Tobi hat ein hitziges Gespräch mit seiner Mom! Oh ja! Pff! Oh nein! Was? Auf welcher Höhe bin ich jetzt eigentlich? Zwölf! Ja! Wow! Und wo bleibt die Diamanten? Ähm... 15 Ne... 10 Ne, warte mal! 5, also 10 bis 13 Blöcke über den Grundstein! Nein! Also du grafst bis zum Grundstein runter und dann gehst du wieder die Stufen, 10 Blöcke nach oben und da grafst du dich dann seitlich in die Wände! Strip Mining! Strip Mining! Strip Mining! Fall to win! So! Okay, ich pack das Witzbuch wieder weg, das nervt grad! Hö... Es... Nein! Keine Bücher umschmeißen, Sebastian! Huuu... Raa... So! Lapis Lazuli! Seit dann hab ich gerotten! Sprecherin! Wirklich? V-M-Le-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A-R-V-A.